Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Gothic-Podcasts. Mit dabei ist natürlich auch wieder einmal Pascal. Hallo. Und ebenso ist auch wieder der gute Matthias vom Kanal Detailiebe bei uns. Hallo Matthias. Hi, hi. Ja, schön dabei sein zu dürfen wieder. Ja, du weißt doch, du bist bei uns immer herzlich willkommen. Ja, in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe haben wir uns mit den Fragen Lieblingslager, Lieblingscharakter bzw. Lieblingscharaktere sowie Lieblingsmonster bzw. Hassgegner beschäftigt. Heute behandeln wir nicht weniger interessante Themen und zwar schauen wir uns das Kampfsystem genauer an und sprechen über die Steuerung. Ich denke, da bietet gerade Gothic 1 sehr viel Stoff für hitzige Diskussionen und von daher würde ich jetzt auch mal sagen, geht's auch schon los. Ich denke, gerade bei dem Thema Steuerung wird vor allen Dingen die Sicht von dir, Matthias, sehr interessant sein, da ja gerade das Thema Steuerung eben für Gothic-Neulinge immer so eine Sache ist. Erzähl doch mal, wie war denn da dein Start? Also ich hatte auf jeden Fall schon Vorurteile, weil ich weiß nicht, von der Gothic-Steuerung hat man gehört. Selbst wenn man mit Gothic nichts zu tun hatte, ist es was, was so durch die Gaming-Landschaft immer so wabert und so war es auch bei mir. Also ich dachte, das muss jetzt extrem furchtbar werden, was da kommt. Bin auch so in das Spiel reingegangen, hab mir auch so eine Stunde Zeit eingeräumt, mich an die Steuerung zu gewöhnen. Und als ich dann drin war, war ich total positiv überrascht davon, wie fluffig das alles gelaufen ist. Also es war jetzt natürlich auch nicht so, dass ich den ersten Gegenstand ohne Probleme aufgehoben hätte. Hat wahrscheinlich keiner. Genau, also das jetzt nicht. Gerade dieses SDRG-Drücken ist eigentlich die größte Hürde. Aber wenn man irgendwann kapiert hat, dass man zu allen Steuerung drücken muss, wird es dann recht schnell intuitiv. Das ist eigentlich so der einzige Automatismus, der geweckt werden muss. Ja. Aber schon Wahnsinn, sich überhaupt eine Stunde noch einräumen zu müssen, nur um die Steuerung zu verinnerlichen. Das kann man sich ja bei heutigen Spielen eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen, die Geduld aufzubringen. Ja, wobei das ja mein Vorurteil war. Also ich hab ja gedacht, ich brauch eine Stunde, die geb ich mir auch, um nach einer Stunde, wenn ich dann mit der Steuerung nicht warm bin, dann wechsle ich die Steuerung oder lass das Spielen sein. Aber es war dann eigentlich nach zehn Minuten schon total in Ordnung. Also es lief super. Ich konnte jetzt nichts erkennen von so einer katastrophalen Steuerung. Ja, das hat wahrscheinlich bei uns damals ein bisschen länger gedauert, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, gerade als Kind vor allen Dingen. Ja, absolut, klar. Wobei, andererseits ist man da auch nicht so verdorben. Da hat man noch nicht 20 Jahre lang mit Maus gespielt. Da ist man vielleicht dann auch schneller drin, das zu lernen, kann ich mir vorstellen. Als Kind ist man in der Regel wirklich noch nicht so verdorben, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mein Vorteil war, weil ich bin ja gar kein PC-Spieler. Also ich hab in meinem Leben, ich hab keine Ahnung, Unreal Tournament vielleicht mit Maus gespielt. Und ich hab dann 20 Jahre lang oder noch länger nichts mehr mit der Maus zu tun gehabt. Und ich kam dann quasi als Konsolenspieler zu Gothic. Und ich weiß nicht, ich glaub, da war dann vielleicht die Hürde nicht so hoch, auf irgendeine komische Art zu spielen, weil ich's nicht anders gewöhnt war. Ja, aber ist trotzdem erstaunlich, dass das ja echt noch so in den Köpfen vieler Leute drin ist, dass die ja echt sagen, dass die, gerade halt die reine Tastatursteuerung von Gothic, dass die so katastrophal sein soll. Also ich versteh das halt jetzt schon seit, ja also im Endeffekt, eigentlich seit ich Gothic spiele, versteh ich das überhaupt nicht, dass das wirklich noch so aktiv gedacht wird überhaupt von den Leuten. Und auch damals, wo ja die, ähm, Petra Schmitz ja anscheinend sich da so drüber aufgeregt hat, dass ja in Gothic keine Mausunterstützung war. Weiß ich nicht, also ich, ich, also ich zumindest finde, das braucht man in Gothic auch einfach überhaupt nicht. Also zumindest Gothic 1 und Gothic 2 kann man für mich zumindest absolut am angenehmsten nur mit Tastatur spielen. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass vielleicht die, jetzt im Fall von Petra Schmitz, die das als Rückschritt gesehen hat, da ja auch schon 2001 durchaus die Maus ja etabliert gewesen ist und die war einfach wahrscheinlich verwundert gewesen, dass Piranha Bytes gesagt hat, nee, das Spiel spielt sich ausschließlich mit dem Keyboard, der Tastatur und die Maus lassen wir mal komplett außen vor. Das ist ja schon, finde ich, noch so dieser Vibe aus den 90ern eher, muss man ja sagen. Ja, stimmt. Ja gut, aber ich fand's auch, auch trotzdem nicht so schlimm, weil man muss ja auch dennoch den Leuten von Piranha Bytes ja zugutehalten, dass es ja auch nur mit der Tastatur trotzdem ziemlich gut funktioniert. Ja, definitiv, also ich muss im Nachhinein auch sagen, ich spiele nach wie vor Gothic ausschließlich mit der Tastatur. Du hattest das auch ausschließlich mit der Tastatur gespielt, oder Matthias? Ja, ich hab's auch ausschließlich mit der Tastatur gespielt. Hab's auch gar nicht anders probiert, weil's, wie gesagt, ziemlich gut geklappt hat. Ja. Was Petra Schmitz angeht, die kommt vielleicht halt auch von einer anderen Warte aus. Die war halt da auch schon älter als wir. Die war halt schon Mitte 20 und wahrscheinlich Hardcore-Gamerin. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen... Vor allem Shooter. Genau. Und halt absolut Maus verwöhnt. Vielleicht ist man da auch dann ein bisschen strenger damit, als wenn man als Kind da rangeht und eh noch alles so nimmt, wie es einem vorgesetzt wird. Ja, definitiv. Was ich noch interessant finde, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob wir eine Gothic-Spielanleitung hatten für Gothic 1. Nee. Da gibt's ja dann doch noch teilweise versteckte Hinweise in der Steuerung, zum Beispiel, wie dann Zehner-Schritte oder sogar Hunderter-Schritte ja dann auch noch ins Inventar eingefügt werden können, über Shift oder dann noch Alt drücken und das alles in Kombination. Das wirkt schon fast alles so, wie als wäre das ein Geheimnis, dass es erst galt, herauszufinden oder zu ergründen. Das fand ich immer ganz interessant. Wir hatten zum Großteil früher immer noch die Erzbrocken ganz einzeln mit den Pfeiltasten darüber geschoben. Das weiß ich noch ganz genau. Oh ja. Bis man dann mal diese Zehner- und Hunderter-Schritte entdeckt hat. Ja, und das war ja dann oft auch ziemlich kritisch, weil wenn du einen umgehauen hast, der ja dann, was weiß ich, keine Ahnung, zum Beispiel 700 irgendwas Erz hatte, also wenn du einen Händler zum Beispiel umgehauen hast, dann musstest du ja immer, weil du nur die Einer-Schritte ja dann zu dir halt rüberholen konntest, den immer wieder umhauen, weil du den ja nur so langsam ausnehmen konntest und in der Zeit ist er ja ständig wieder aufgestanden. Naja, kann ich mich auch noch an früher dran erinnern. Wie war das bei dir, Matthias? Ja, ich hatte das Problem auch. Ich habe dann auch Hilfe bekommen aus den Kommentarspalten. Also da konnten dann auch einige nicht länger zusehen, wie da die einzelnen Erzbrocken rübergewandert sind. Und da haben dann einige Leute gesagt, ey, du kannst übrigens hier mit Alt-Hunderter-Schritte und so weiter machen. Ich hatte das Handbuch zwar als PDF, ich habe es mir so am Anfang auch mal durchgelesen, aber es ist schon so, auch durch das fehlende Tutorial, dass man das Gefühl hat, man muss sich einiges selbst irgendwie beibringen oder erschließen. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen ausgiebiger in das Handbuch reingucken müssen, dann wären mir einige Dinge erspart geblieben. Ich habe ja auch im Vorgespräch zu euch schon gesagt, dass ich auch zum Beispiel nicht wusste, dass ich auf F in die First-Person-Ansicht drüber wechseln kann. Und so Sachen, es gibt ja ganz viele Dinge, die ich glaube ich wahrscheinlich immer noch nicht weiß. Also es ist wahrscheinlich immer noch ein großes Geheimnis irgendwo, das ich noch lüften kann. Aber was ja auch spannend zu ergründen ist, ich meine, dafür ist ja die Freude wahrscheinlich umso größer, wenn man dann mal diesen Schritt entdeckt, vor allem wenn man den selber dann auch entdecken kann, finde ich. Also ich weiß noch, ich hatte den auch irgendwann einfach durch Zufall entdeckt, mit diesen Zehner und Hunderter Schritten, weil ich aus Versehen mit meinen, in Anführungszeichen, Wurstfingern auf zwei Tasten gekommen bin. Und dann auf einmal gewundert, warum das auf einmal so viel schneller ging. Ja und gerade als Kind, da ist man eh, finde ich, bei Videospielen ganz oft in so einem Ausprobiermodus. Ich finde, als Erwachsener ist das ein bisschen weniger. Ich gebe mir zwar Mühe, im Rahmen der Tagebücher zum Beispiel viel zu probieren, aber da ist man oft eh so unterwegs, dass man ganz viele Sachen ausprobieren will. Und dann ist es eigentlich spannend, wenn man damit auch immer mal wieder Belohnungen kassiert. Ja, das ist absolut mega spannend. Also da hast du mich jetzt auch wieder an eine Begebenheit erinnert oder eigentlich mehrere Begebenheiten, wenn nicht sogar eigentlich an so eine ganze Zeit sozusagen, wo ich das mal gemacht hatte und Pascal ja wahrscheinlich auch, als wir die Cheats entdeckt haben. Da ging ja dann das Erkunden eigentlich erst so richtig los. Also dann zu Dingen fliegen, wo man ja eigentlich ursprünglich überhaupt nicht hinkommt oder auf herkömmlichen Wege und all solche Dinge und einfach ausprobieren. Und das war natürlich schon echt sehr, sehr spannend. Man hat ja immer gehofft, ja, jetzt komme ich ja doch hinter den Berg, wo ich eigentlich normalerweise nicht hin kann. Vielleicht ist da ja noch was. Und hat sich mal was aufgetan? Also ich würde sagen, dass das Interessanteste war, glaube ich, wenn man am Anfang bei der verlassenen Mine sich durch das Gitter teleportiert mit K, weil da kommt ja noch ein extra Ladevorgang. Und dann ist man ja auch in so einer Art Dungeon, was aber halt komplett leer ist einfach. Also ist ja einfach alles nur schwarz, aber man hört halt, dass man in einem Dungeon ist, weil man diesen Hall dann auch hat und so. Und das hat es ja leider auch nie ins Spiel geschafft. Das hatten die ja als Tutorial-Dungeon eigentlich vorgesehen. Ah, okay, interessant. Ja, den wollte ich eben auch ansprechen, genau. Aber vielleicht macht es das auch gerade besonders, dass es den nicht gibt, oder? Ich glaube so dieses klassische Tutorial, also dass das fehlt, tut Gothic eigentlich ganz gut. Ich hätte mich sowieso mal gefragt, wie der hätte ausgesehen. Also man hat ja im Endeffekt das Mesh hatte man nachgetragen bekommen in Mods und ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Piranha Bytes da den Weg gegangen wäre, das über Texteinblendungen und Ähnliches zu vollbringen. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt der Steuerung auch so viel mehr Einsicht gebracht hätte. Ja, stimmt. Aber habe ich es dann richtig rausgehört? Also bei dir, Mirko, ist klar, Tastatur. Ja, ja. Und bei dir, Pascal, auch dann. Habe ich es richtig rausgehört. Ja, ja, absolut nach wie vor. Krass. Das Einzige, wofür ich die Maus mal benutze und hauptsächlich eigentlich nur in Gothic 2, ist einmal, wenn ich mal die Sicht ein bisschen mir zurechtlegen will, sage ich jetzt mal. Aber sonst? Deswegen sieht das in Gothic 2 bei mir auch immer so komisch aus, wenn ich die Seitwärtsschritte mache und dann zu einem anderen Ort gerade hin will. Dann geht ja der Held immer so blöd seitwärts dann. Ja, ja, genau. Aber eigentlich finde ich es ziemlich cool, wie viele verschiedene Möglichkeiten zu laufen es auch gibt. Ist ja auch wieder eine Animation, die gemacht ist. Ist ja wieder eigentlich liebvoll. Ja, ja, das ist schon richtig cool. Und vor allen Dingen, je nach Gilde, hat man das zwar selber nicht, dafür gibt es ja auch wieder Mods, aber dann hat das ja zum Beispiel, haben die NPCs das ja entsprechend. Ein Magier läuft halt oder, sage ich mal, geht anders als ein Gardist und sowas dann. Ach, echt? Ja, ja. Interessant. Der läuft dann so ein bisschen herrschaftlicher und der Gardist breitbeinig, oder? Ja, ja, genau. Musst du dir mal angucken nochmal. Da gibt es ja, wenn du hier zum Beispiel Caps Lock drückst, dann gehst du ja in den G-Modus. Der Held läuft ja generiert standardmäßig erstmal so mit ein bisschen gesenktem Kopf. Also ich glaube fast wie die Butler. Genau, so wie die Butler gehen. Ja, man kommt ja auch quasi am Anfang als Butler sozusagen rein. Das ist ja, glaube ich, auch vielen gar nicht so richtig bekannt. Da steht zwar, man ist gildenlos, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer einem das sagt. Aber ich meine auch ein Gardist. Er ist einer der Gardisten. Genau, und Gardist sagt dann ja, sobald man hier reingeworfen wird, gilt man eigentlich automatisch erstmal als Butler. Naja. Es wäre eigentlich auch ein cooler Einstieg gewesen, wenn man noch Buddeln geschickt worden wäre. Ja. Ja, dafür hat man ja aufs Maul bekommen. Ja, genau. Ist auch gut, ja. Auf jeden Fall. Wisst ihr übrigens, ich habe eine Umfrage gemacht auf meinem Kanal. Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe abgestimmt. Ah, genau. Wir sind die Minderheit. Das hat mich total überrascht. Also, ich habe eine Umfrage gestartet, in der es darum ging, ob die Menschen mit Tastatur spielen oder mit Maus. Also, Tastatur only oder mit Maus. Und zwei Drittel haben gesagt, sie benutzen die Maus mit. Ja, und da direkt den ersten Kommentar, den ich gelesen habe, hat direkt gesagt, alle, die die Maus benutzen, haben keine Ahnung. Ja, so stiftet es da wieder Identität, kann man sich schön abgrenzen von dem Pöbel. Nee, aber es hat mich total überrascht, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die die Tastatur benutzen, sind präsenter. Die betonen das öfters. Also, in meinen Kommentarspalten ist das immer mal wieder gefallen. Und deshalb ging ich eigentlich davon aus, dass die Mehrheit in der Community Tastatur only spielt. Hat mich total überrascht. Ja, ja, das ist ja wie mit den Leuten, die damals Dark Souls gespielt haben, wo es noch nicht so trendy war und dann gesagt haben, ich habe Dark Souls geschafft. Ja, genau. Die mussten das ja auch jedem auf die Nase binden. Ja, so ist es. Ja gut, wir gehören ja auch noch zu denen und das sind dann, glaube ich, auch oft die Leute, die das so richtig verdeutlichen, die auch wirklich bewusst Gothic sagen und nicht Gothic. Ja, das hatten wir beim letzten Mal besprochen. Ja, das ist ja auch was, wo man, wo man Häme erfahren kann. Definitiv. Aber das ist ja auch einfacher. Aber ich muss halt sagen, bei der Tastatur, ich sage mal, für uns ist es ja auch einfacher, jetzt einfach bei der Steuerung so zu bleiben, als sich umzugewöhnen, als andersrum. Die Leute, die an die Maus jetzt gewöhnt sind mit Gothic, sich an die Tastatur nur zu gewöhnen, wieder andersrum, ist, glaube ich, nochmal schwieriger. Ja. Ja, glaube ich auch. Und habt ihr es mal mit Maus ausprobiert? Ich habe überlegt, ob ich vor dem Podcast mal reingehe und einfach mal mit Maus spiele, weil die wurde ja recht spontan integriert, die Maussteuerung, also die Originalmaussteuerung. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich Mods, aber die war dann ja vielleicht auch nicht perfekt, ne? Ne, war sie definitiv auch nicht. Ich hatte sie, glaube ich, mal ganz kurz nur ausprobiert, hat mir auch überhaupt nicht zugesagt, muss ich sagen. Aber das kann natürlich auch wieder die Abneigung sein, weil man jetzt mit der Tastatur einfach so gut klarkommt. Also ist bei mir auch ähnlich. Und es gibt eigentlich wahrscheinlich nur eine Sache, wo die Tastatur ein Nachteil ist, würde ich sagen. Und zwar, wenn es darum geht, sich umzudrehen. Ja, ja. Oder? Also ist ja ein bisschen wie so ein LKW. Also wenn man so nach rechts läuft, dann schlägt man ein bisschen aus. Und mit der Maus ist man da wahrscheinlich schneller. Ja. Das wäre so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ist objektiv ein Vorteil, mit der Maus zu spielen bei Gothic. Und tatsächlich noch in der Nutzung des Inventars. Also auf jeden Fall in Gothic 1 ist sowieso schon mal ganz klar. Ja, ja, mit dem Mausrad, ja. Wenn du da dein ganzes Inventar wieder voll hast bis zum Gehtnichtmehr und Waffen zum Beispiel, die werden ja auch nicht gesteckt. Das heißt, wenn du dann tausend grobe Schwerter hast oder was weiß ich, dann musst du dir alle durchscrollen. Und das geht natürlich mit dem Mausrad schon schneller, als jetzt die Pfeiltasten einfach gedrückt zu halten. Das ist ein bisschen lahm. Ja, furchtbar. Ja, das war immer die Plage bei den schwarzen Goblins bei dem Almanach in der Höhle, die die ganzen Nagelknüppel da gedroppt haben. Genau, zum Beispiel. Weil man ja so einen Inventarfimmel hat, muss man ja alles aufnehmen noch, weil man ja in Gothic das kann. Ich habe mir das zum Glück schon ein bisschen abgewöhnen können, nicht mehr alles wirklich aufzuheben. Also das ist... Ja, das war echt schlimm. Das ist eigentlich auch noch ein ganz interessanter Punkt. Also bei diesen Goblins, es gibt diese eine Mission, wo man über die Hängebrücke rüber muss. Ja, ja, das ist die, genau. Genau, ja, ja. Da dachte ich auch irgendwie so beim zehnten Goblin, ey, wieso hebe ich die Keule eigentlich auf? Ich wollte sie nicht aufheben, aber so irgendwas in mir hat mich dazu getrieben, das doch zu tun. Und ich habe mich selbst verflucht. Der innere Monk. Das ist so dieses Gaming, dieses Vervollständigen und alles mitnehmen wollen. Das ist echt schlimm. Ja, vor allem sieht das ja auch einfach doof aus, wenn du dann in der Höhle bist, weil die Waffen bleiben ja auch liegen. Ja gut, du kommst da in der Regel jetzt nicht nochmal wieder hin, aber das sieht halt auch doof aus, wenn da einfach noch Loot rumliegt. Das gehört sich einfach nicht. Das sind einfach die Grabsteine für die schwarzen Goblins direkt in Verlassenschaften. Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Und es gibt halt auch keine Grenze bei Gothic, was ich total mag. Ich finde es super, aber das macht es einem halt auch leichter, unbedarf, jeden Scheiß einzupacken, der rumfliegt. Ich finde das aber, das ist echt ein auch, also ist eigentlich auch wieder Thema für einen ganz eigenen Podcast, aber das ist so interessant, dass zumindest mir eigentlich das wirklich nur Gothic beigebracht hat. Und man in anderen Rollenspielen, finde ich, auch überhaupt nicht so dieses krasse Bedürfnis hat, wirklich jetzt alles aufzusammeln. Ich vergleiche das immer gerne mit den Elder Scrolls-Teilen, da kannst du ja auch diverse Pflanzen und Kräuter und so aufheben und das habe ich nie gemacht, weil einfach, weiß ich nicht, dieses Bedürfnis war einfach nie vorhanden. Da gibt es auch zu viel irgendwann. Ich glaube, Gothic ist noch so überschaubar und du hast auch das Gefühl, wenn du die Sachen aufhebst, dann kannst du sogar die Karte leerräumen. Das ist, finde ich, machbar gefühlt. Ich habe nie Skyrim gespielt oder so, aber was ich davon weiß, ist, dass du in Loot ertrinkst in dem Spiel. Und dadurch verliert er auch immer mehr seinen Wert. So würde ich mir es zumindest vorstellen. Und vor allem fällt mir gerade auch noch ein großer Unterschied, ist, finde ich, dass du ja die Pflanzen, die du jetzt bei Gothic zum Beispiel alle aufsammeln kannst, könnten dir auch direkt auch wirklich was nutzen im Endeffekt. Ich meine, wenn du jetzt bei Skyrim zum Beispiel wieder einfach irgendwelche Kräuter aufhebst, die bringen dir ja jetzt im Augenblick erstmal überhaupt nichts. Die musst du ja quasi veredeln, um da überhaupt irgendeinen Nutzen von ziehen zu können. Das ist ja in Gothic ganz anders. Wenn du halt Waldbären aufhebst, weißt du, okay, könnte ich gut gebrauchen, weil kann ich mich mit heilen. Ja, auf jeden Fall. Und Heilung ist ja auch was wert, dadurch, dass die Kämpfe nicht sonderlich leicht sind. Also jetzt vor allem auch in Nacht des Raben, was ich jetzt spiele, freue ich mich auch über jeden Scheiß, auch wenn es nur eine Waldbäre ist, die mich am Ende irgendwo heilen kann. Es wird auch dadurch nie wertlos, auch wenn ich wahrscheinlich am Ende des Spiels 300 Heilpflanzen im Inventar habe, aber momentan fühlt es sich so an, als könnte ich die eventuell alle mal gebrauchen. Ja, definitiv. Ja, dann sind wir ja gefühlt schon fast beim Kampfsystem gerade angekommen. Genau. Was ich auf jeden Fall noch hervorheben möchte, wovon ich auch nach wie vor überzeugt bin, mit der Tastatur, finde ich, kann man schon einfacher kämpfen. Also kann man effektiver kämpfen und auch besser im Verhältnis zur Tastatur. Das kann ich auch bestätigen. Weil du einfach viel mehr schummeln kannst, muss ich sagen. Mit der Tastatursteuerung kann man mehr schummeln, als mit der Maussteuerung. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja, es gibt ja gewisse Tricks, sag ich mal, in Gothic, die man sich so erarbeitet hat, sag ich mal, über die Jahre. Jetzt bin ich gespannt. Da gibt es ja zum Beispiel einerseits dann, gerade wenn man die Kampftaktiken im Einhandmodus gelernt hat, wenn man dann gleichzeitig zum Beispiel Steuerung und nach oben drückt, dass wenn man das ganz oft hintereinander macht, dann kannst du immer wieder in so eine ganz schnelle Spirale kommen, dass dir diesen Einschlag ganz schnell hintereinander macht. Zum Beispiel. Ja. Und das geht auch im Springen. Also wenn du springst und im Sprung quasi diese Mechanik benutzt, bist du halt unfassbar überdurchschnittlich schnell in der Animationsabfolge. Und ich weiß nicht, ob das über die Tastatur so geht. Mit Maus dann. Ah, okay. Ja, ich glaube, diese Animation, die du meinst, habe ich jetzt erst entdeckt bei Gothic 2. So dieses Vor, Vor, Vor. Ja, ja, genau. Wo er auch dann wirklich immer einen Schritt nach vorne macht und in so einer schönen Animationsbewegung auf den Gegner einprügelt. Und die sind Gothic 1, ist die richtig kaputt. Muss man einfach mal sagen. Ja, da gibt es im Kampfsystem einiges. Ja, ja. Da könnte man auch gleich noch dazu kommen. Noch eine kleine Anekdote fällt mir gerade ein. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen meinen alten Rechner dann bei meinem Vater eingerichtet, damit der den jetzt hat. Also was heißt alten Rechner, der ist eigentlich auch noch ultraschnell, aber naja. Und unser Vater hat ja noch unsere alte Gothic-Tastatur, ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden. Und dann habe ich mal darauf geachtet, das ist noch so eine Oldschool-Tastatur, die um die Tasten hier so einen silbernen Lack oder sowas hat. Und der ist dann natürlich um die Pfeiltasten herum übelst abgenutzt. Na ja, cool. So ein schönes Relikt. Genau. Also die schmeiße ich auf jeden Fall auch nicht weg. Gibt es bestimmt einen Gothic-Fan, der da einiges für blechen würde. Und ich glaube halt, was das auch so gut möglich macht, mit der Tastatur zu spielen, ist, dass es halt kein Spiel ist, wo es um viel Skill geht. Also klar, es gibt jetzt diese ganzen Ones, Gothic ohne Schaden durchzuspielen. Also man kann das mit Sicherheit skillbasierter spielen, als ich das gemacht habe. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass das ein Spiel ist, das man wegen der Kämpfe spielt. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es sonderlich gut darauf ankommt, dass ich gut im Kämpfen bin. Sondern ich habe meistens ein gutes Level gehabt, dann waren die halt leicht zu zerhacken. Und wenn ich das Level nicht hatte, waren sie das nicht. Also es war jetzt meines Eindrucks nach nie so ein Dark Souls. Ja, also auf keinen Fall. Wo ich das Gefühl hatte, es kommt auf Millimeter an oder auf eine extreme Genauigkeit. Also das bietet ja das Kampfsystem in Gothic sowieso in keinster Weise. Weil ich meine, besonders hervorragend ist es ja jetzt nicht. Aber das stimmt schon. Ich glaube, das wollte Piranha Byrds auch nicht. Die wollten mit Sicherheit eher so dieses Gefühl haben oder dieses Gefühl entstehen lassen. Hier, der hat jetzt 100 Stärke mal als Beispiel. Und jetzt braucht er sich halt auch gar nicht anstrengend vor dem PC, sondern der kloppt halt wirklich alles einfach weg. Ja, und das ist auch ein schönes Gefühl in Rollenspielen. Obwohl ich ja schon den Eindruck habe, dass Gothic doch eher ein skillbasiertes Spiel ist in der Form. Gerade weil man ja merkt, dass ja auch diese Runs möglich sind, wo du keinen Schaden nehmen kannst. Ja. Oder dann zum Beispiel das auch nur mit Magie durchspielen kannst. Ich finde zum Beispiel so ein taktisches Rollenspiel oder so ein Oldschool-Rollenspiel, das wird ja gar nicht gehen. Wo du dann über Runden kämpfst und sowas alles. Und das finde ich ja immer das Besondere. Deswegen mag ich ja auch Dark Souls so gerne, weil du ja auch was können musst, sage ich mal. Und dich nicht durch Grind zum Beispiel dann das nur einfacher macht. Du kannst es ja einfacher machen, aber du wirst es nicht schaffen deswegen. Ja. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass Gothic spielbar ist ohne Skill. Wenn man halt ein bisschen langsamer durch die Welt geht, Lernpunkte sammelt, anhäuft und dann ausgibt. Also ich glaube, ich habe in Gothic 1 nicht einmal zum Beispiel die Blockentaste benutzt. Ich glaube, die ist eigentlich ziemlich stark. Also habe ich im Nachhinein gelesen, dass man mit der extrem krass, du kannst sie gedrückt halten sogar. Du musst, glaube ich, nicht mal teilen. Jetzt bei Gothic 2, die Nacht des Raben, benutze ich die immer mal wieder. Vor allem im Kampf halt mit Menschen. Geht, glaube ich, auch nur. Also im Kampf mit Menschen. In Gothic 1 habe ich das einfach nicht benutzt. Ich habe halt irgendwie meine Kombos links, rechts. Ja, weil es kaputt ist. Genau. In Gothic 1 ist das auch kaputt, das Blocken. Das funktioniert einfach de facto nicht so, wie du das haben möchtest. Das muss man halt leider sagen. Das sieht man halt bei den Arena-Kämpfen wunderbar. Ja, die Arena-Kämpfe habe ich leider nicht gemacht. Ich glaube, ich habe den, wobei den schwächsten habe ich, glaube ich, umgehauen. Den Kirgo. Und dann ging es auch schon, ja, Kirgo. Und dann ging es gegen einen, der war viel zu stark. Kann das sein? Der Zweite schon. Ja, der Karim. Genau. Und das war, ich meine, ich bin halt rein und wurde umgehauen. Klar, der hat aber mal so ein bisschen dazu eingeladen, sich ein bisschen auszuprobieren. Dadurch, dass da so ein Anstieg war vom Skill, hatte ich da den Eindruck, dass ich da ein bisschen was probieren muss, um wenigstens fünf Sekunden anstatt zwei zu überleben. Hat dann am Ende auch nicht gereicht. Aber jetzt bei Gothic 2, also bei der Nacht des Raben zumindest, habe ich die ganze Zeit den Eindruck, dass ich was ausprobieren muss. Also wenn ich da in einen Konflikt gerate, dann dauern die auch. Also ich hatte bei Gothic 1 immer das Gefühl, gehacke, 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 fertig. Ja. Und hier sind so richtige Choreografien. Ich habe auch das Gefühl, so ein Kampf geht mal 20 Sekunden. Da wird, man kommt auch nicht so leicht durch. Also ich haue immer auf den Gegner und die blocken und blocken und blocken. Ja. Es wirkt viel ausgereifter. Je nachdem, gegen wen du kämpfst, können solche Kämpfe auch mal über Minuten gehen. Mhm. Und das ist doch in Gothic 1 unvorstellbar, oder? Ja, definitiv. Die sind absolut einfach nur darauf aus, wer macht am meisten Schaden in kurzer Zeit. Du klopfst einfach halt deine Schlagserien raus und hoffst einfach nicht getroffen zu werden. Das ist halt wirklich so. Das ist halt eigentlich interessant, ne? Weil auf den ersten Blick, also wenn man in Gothic 2 einsteigt, von Gothic 1 kommend, wird man erst mal denken, das ist identisch. Mhm. Sieht sich so ähnlich und spielt sich so ähnlich, aber wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass Gothic 2 da eigentlich einen riesigen Sprung gemacht hat. Auf jeden Fall, das ist so viel verfeinerter in allem und da funktioniert auch einfach alles im Kampfsystem diesmal. Naja, da habe ich ja jetzt ein sehr paradoxes Erlebnis doch eigentlich gehabt. Ja, das ist ja sowieso komisch. Ja, ich habe da, also da gibt es ja auch ein eigenes Video auf unserem Kanal, das hatte ich extra deswegen nur gemacht. Ich habe das extra mein Gothic 2 Steuerungsproblem auch genannt, weil ich kam ja da von Gothic 1, da haben wir ja die Definitive Edition dann fertig gespielt und dann wollten wir ja mit Gothic 2 weitermachen und das Kampfsystem war irgendwie, für mich zumindest, hat es nicht mehr so funktioniert, wie ich es zum einen in Erinnerung hatte und auch vor allem hat es überhaupt nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich aus Gothic 1 noch dann kannte, was ich ja dann ein paar Tage vorher noch gespielt hatte. Es war ein bisschen strange. Hast du es nicht hingekriegt oder hast du das Gefühl, es fühlt sich falsch an? Irgendwas war auf jeden Fall total komisch. Ich war es ja jetzt schon alleine gewöhnt, diesen einen Trick hier anzuwenden, den wir ja eben schon hatten, mit Steuerung drücken, Pfeiltas nach oben, wenn man das gut im Rhythmus hinkriegt, dann hat man ja diese krasse Schlagabfolge, das funktionierte schon bei Gothic 2 überhaupt nicht mehr so. Und vor allem, was bei mir einfach nicht funktioniert hat, ist noch der andere Trick, den du dir vielleicht auch merken solltest, sage ich jetzt mal so, das ist auch noch ein Trick, nach vorne schlagen und dann einen Schritt wieder zurückgehen und dann wieder nach vorne schlagen. Und das funktionierte irgendwie nicht mehr. Dass man dann quasi, wenn der Gegner schlägt, schon wieder aus seinem Schlagradius draußen ist und dann immer so einzelne Nadelstiche setzen. Ja, und dein Problem war ja im Endeffekt, nachdem du den Schlag gesetzt hast und dann den Schritt zurückgehen wolltest, hat der Held immer wieder geblockt erst mal. Genau, der hat geblockt und ging nicht zurück. Ah okay, das heißt, es lag irgendwie irgendwas, lief bei dir falsch, was so nicht sein sollte, was Pascal zum Beispiel bei seiner Version nicht hatte. Ich weiß ja, ich hatte das auch mal nachgespielt und mir ist es irgendwie nicht so aufgefallen, dass es für mich jetzt nachteilig ist. Das fand ich total strange. Also man muss auch sagen, Mirko hat schon länger nicht mehr auch Gothic 2 gespielt, zu dem Zeitpunkt meine ich. Ja, könnten gut zehn Jahre gewesen sein. Ja, ja. Und wenn man es halt direkt an Gothic 1 dranhängt, dann kommt man vielleicht auch mit hochgeskillter Einhand- oder Zweihandfähigkeit in ein Spiel, wo man nichts mehr kann, oder? Ist auch ein Faktor. Ja, ja, ich muss auf jeden Fall auch sagen, ich hatte ja auch mal, als ich angefangen habe mit den LPs, war ich ja mehr an Gothic 1-Mods dran. Da war man ja in dieser Gothic 1-Steuerung total drin. Und dann dieser Wechsel wieder zu Gothic 2 war wieder was anderes. Also man hat schon diesen Sprung gespürt, dass da was anders ist. Und da braucht man schon erst mal wieder so seine Zeit, finde ich, bis man da reinkommt. Das geht zwar relativ fix, wenn man halt weiß, was einen erwartet, aber es wird ein anderes Gefühl. Ganz eindeutig. Ja, Gefühl, das trifft es. Also ich würde es so nicht unterschreiben, dass ich direkt dachte, ha, das ist ganz anders, weil es wie gesagt so optisch und auch so von der Handhabung so ähnlich ist. Aber wie du sagst, es war ein anderes Gefühl. Es ist nicht so greifbar. Es ist jetzt nicht so klar, das ist genau anders, aber man merkt, irgendwas ist anders. Ja, ich könnte auch nicht hundertprozentig sagen, welche mir, glaube ich, lieber gefällt. Aber ich tendiere, glaube ich, auch eher zu Gothic 2, trotz alledem, weil es einfach runder ist. Stand jetzt würde ich es auf jeden Fall auch so sagen. Und weil es wahrscheinlich auch dann später in gewissen Sachen ausgereifter ist, wenn es zum Beispiel um Bosskämpfe oder so geht. Hoffe ich. Also weiß ich natürlich noch überhaupt nicht. Ich finde gerade so die Kämpfe gegen größere Gegner waren immer ernüchternd in Gothic 1. Ja, ja. Also da gab es dann insgesamt drei Stück. Also ich erinnere mich jetzt an die Mindcrawler-Königin, an den Troll, den man braucht, um an so einen Fokusstein zu kommen und den Schläfer letzten Endes. Gut, beim Troll klitscht man halt extrem durch alles durch, also durch die Pfote und man muss ihn halt, also ich habe ihn auch eh extrem beschissen bekämpft. Also ihr erinnert euch vielleicht, dass ich ihm keinen Schaden gemacht habe, weil nur die kritischen Treffer Schaden gemacht habe. Ich habe ihn ohne Spruchrolle bekämpft. Ach, du wolltest ihn nur vorführen. Ja, genau. Ich wollte ihn nur vorführen, deswegen habe ich ohne Mist 15 Minuten auf ihn draufgehauen. Also es war ganz schlimm. Aber auch abgesehen davon hat man halt nicht so das Gefühl, so ein Treffer-Feedback zu haben oder man hat nicht das Gefühl, ihn wirklich zu treffen. Und wenn er einen treffen müsste, nimmt man auch keinen Schaden. Also es war auf so vielen Ebenen so ein bisschen halbgar. Und ich weiß da jetzt als jemand, der zu der Zeit auch nicht so viel gespielt hat, nicht, ob das ein Gothic-spezifisches Problem ist oder ob halt einfach die Hitboxen 2001 beschissen waren aus heutiger Sicht. Ich hatte eigentlich, da kannst du ja gleich auch mal erzählen, Mirko, wie dein Gefühl da war, aber ich glaube, was die Treffer, was das Treffer-Feedback anging, hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass das sonderlich auffällig schlecht gewesen ist. Außer vielleicht wirklich bei größeren Gegnern, wie du schon sagst, weil einfach da die Hitboxen vielleicht ein bisschen versetzt sein könnten. Das kann schon sein, da habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht bewusst drauf geachtet jetzt bei den letzten Durchgängen. Aber da muss ich sagen, zu der Zeit fallen mir da echt andere Spiele ein, wo die Hitboxen echt schlechter waren. Also das Treffer-Feedback an sich. Nicht jetzt bei Rollenspielen, aber auch von anderen Spielen einfach allgemein in der Zeit. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und was ich mal von Morrowind gesehen habe, sah auch nicht so spaßig aus, wenn es ums Kämpfen ging. Nee, auf keinen Fall. Das ist für Mirko auch gar nichts. Das ist auch absolut mein größter Kritikpunkt am ganzen Spiel eigentlich. Das finde ich ganz furchtbar. Hackt man da auch gefühlt die ganze Zeit in die Luft? So sieht es ein bisschen aus. Ja, das ist... Ja, und vor allem, ich glaube, bis du nicht auch einen gewissen Skill dann im Kämpfen hast, ist ja auch nicht jeder Treffer auch ein Hit und so. Das finde ich, also das ist echt... Ja, ja, das ist klassisch Rollenspiel, wie es früher einfach ist. Du hast halt eine gewisse... Ja, ja, klar. Mit dem Würfeln ist das doch. Du hast halt eine gewisse Trefferchance, die skillbasiert ist von den Werten, die du hast. Und es ist wirklich am Anfang in Morrowind so, dass du teilweise... Gutes Beispiel sind ja immer die Schlammkrabben am Anfang. Mhm. Dass du da echt zehnmal draufhauen musst, bevor du überhaupt einmal triffst. Ja. Und das ist halt was, ich finde, das passt in einem First-Person-RPG, passt das einfach überhaupt nicht. Also vor allem schon gar nicht in einem Spiel, wo du ja zumindest auch direkten Einfluss ja nimmst auf das Kampfgeschehen. Ich meine, klar, wenn das jetzt ein RPG aus der ISO-Perspektive ist, da steuerst du ja den Charakter nicht im Kampf sozusagen. Du sagst ihm ja nur, hau da jetzt immer drauf. Und dann ist das meinetwegen ja noch zu verschmerzen. Aber wenn du selber klickst und dann den Schlag ausführst und der trifft nicht, obwohl du siehst, hey, ich hau doch drauf, dann ist das, finde ich, eigentlich total unpassend. Finde ich auch. Ist halt unrealistisch. Ja, ist ja oldschool, muss man sagen. Aber ist halt so ein Immersionsbrecher. Ja, auf jeden Fall. Man merkt halt, hey, ich hacke den jetzt kaputt und es passiert nichts. Das ist bei Gothic eigentlich nicht so. Wobei da auch manche Sachen dann halt nicht so transparent sind für mich als Neuling. Also bei dem Troll war es dann so, dass ich nur Schaden gemacht habe, wenn ich einen kritischen Treffer gelandet habe. Und bei Gothic existieren ja auch ganz viele Rüstungswerte im Hintergrund, die mir als Neuling einfach überhaupt nicht klar waren. Also warum ich dem jetzt alle 15 Schläge Schaden gemacht habe oder so, das war für mich total unklar. Ich habe halt einfach weiter drauf gehauen, weil ich wusste, ab und zu mache ich halt Schaden. Es hat sich dann so ein bisschen so ähnlich angefühlt wie bei Morrowind, aber es ist natürlich ein ganz anderes System dahinter, das ich auch besser finde. Ja, du steckst halt nicht hinter der Mechanik drin. Das ist tatsächlich wieder ein Vorteil davon, wenn man in den Marvin-Mode geht. Dann kannst du dich ja in die Tiere auch oder die Monster reinschieten. Und ja, die Charakterwerte der Tiere und Monster kannst du ja dann nachvollziehen. Ah, okay. Ja, das wäre dann zum Beispiel interessant gewesen. Weil im Handbuch stand darüber jetzt auch nichts drin. Also es sind dann halt so Sachen, da muss man dann selbst schwimmen lernen. Ja. Ich hatte halt immerhin das Glück der Kommentarspalte. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre 11, würde Gothic spielen, dann hätte ich da auf jeden Fall einiges zu knabbern. Ja, dann hätte es bestimmt so ausgesehen wie bei uns damals. Wobei wir ja noch, also ich zumindest war ja dann noch viel jünger. Ich muss mir gerade überlegen, ja, ich glaube, entweder war ich 4 oder 5. Nein, du warst natürlich 12, weil das Spiel ab 12 ist. Ja, ja, selbstverständlich. Wir waren alle 12. Drillinge. Wir waren ja auch alle schon 16, als wir CSS gespielt haben. Aber da würden wir jetzt abschweifen. Ja, wenn, dann sind es ja eure Eltern das Problem, nicht ihr, ne? Als 4-5-Jähriger macht man was vor einem ist halt, wenn es die großen Geschwister machen mit, ganz normal. Ja, das war schon echt absolutes Highlight. Gothic ist ja jetzt auch kein Spiel, was jetzt großartige Gewalterstellung verherrlicht. Muss man ja sagen. Ja, zumal man ja auch nicht vergessen darf, das wird wahrscheinlich jetzt heutzutage auch gerne vergessen, aber früher gab es ja in Gothic, meine ich zumindest, zum einen schon mal nicht die Einstellung in den Optionen, dass du ja die Blutdetails ändern konntest. Ne, ich meine auch nicht. Und ich meine auch, da war im Original dann auf wenig immer eingestellt, dass höchstens Blut kam, wenn du einen umgebracht hast, wirklich. Also, wenn der auf dem Boden lag und du den Gnadenstoß gegeben hast, ich glaube auch nur dann hat man überhaupt im gesamten Spiel mal Blut gesehen. Ich glaube auch. Und dann auch nicht viel. Aber das weicht auch immer so auf. Ich weiß nicht, ob das für 2001 brutal war, aber damals sah das Spiel ja gut aus und man hat die Gewalt anders wahrgenommen, als man es heute tut. Und also, ich weiß auch noch, ich weiß nicht, was das war, GTA 1 oder so. Das fand ich so dermaßen brutal. Und aus heutiger Sicht sind es halt Punkte, die man irgendwie abschießt. Aber so mit dem... Ach, GTA 1? Das aus der Vogelperspektive noch dann. Aber es war halt gewaltverherrlichend, ne? Das ist eher der Punkt da gewesen. Ja, ja. Ich glaube, wenn du doch einen überfährst, dann kann er doch echt so richtig zerspladdern oder so, wie man dann sagen würde. Ich weiß gar nicht mehr. Also, ich meine schon... Ja, ja, und das war sehr destruktiv. Du konntest... Es gab Punkte dafür, wenn du Leute mit Flammenwerfer umgebracht hast. Und dann sind die brennt, wie Fackeln durch die Gegend gerannt und so. Aber was ich meine, ist so, man kann das auch so schwer beurteilen, wie es damals gewirkt hat. Weil man immer mit der besser werdenden Grafik auch immer mehr abstumpft. Also, so geht's mir zumindest. Also, ich kann mich nur daran erinnern, dass das auf mich jetzt keinen großen Einfluss drauf hatte. Ich hab jetzt nie Gothic als ein ziemlich brutales Spiel wahrgenommen, muss ich sagen. Ja. Ja, glaub ich auch. Ja, würd ich auch nicht denken. Aber noch kurz zu den Hitboxen. Es gibt aber ein paar Gegner, wo das halt echt schwierig ist mit dem Kämpfen. Also, ich sag jetzt mal nur Harpien zum Beispiel. Das ist immer so eine Sache. Weil die über einem fliegen, meinst du? Dass man halt nicht so rankommt. Genau, also, ja, das mit dem Treffen ist da immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie die halt hängen. Oder auch Blutfliegen. Ich mein, Blutfliegen zum Beispiel hängen gerne auch mal in einer Höhe, wo die eigentlich gar nicht sein sollten. Und dann kannst du die auch schon wieder gar nicht treffen als Nahkämpfer. Ja, das hatte ich jetzt das erste Mal vor ein paar Tagen, dass eine Blutfliege über mir geflogen ist. Und ich konnte halt einfach nicht ran. Mhm. Aber bei den Harpien finde ich es irgendwie okay. Das ist halt so der Alleinstellungsmerkmal, dass man die halt nicht so gut erreicht. Ich finde, das passt. Da nimmt man ja auch einen Bogen. Ja, ich nehme nie den Bogen. Ja, vor allem ist das ja bei den Harpien auch immer ganz witzig, weil die ja so gehässig auch lachen. Also, das passt halt auch, ne? So nach dem Motto, hey, du triffst mich nicht. Ich glaube, das haben sie interessanterweise bei Gothic 1 auch schon eingefügt gehabt, dass tatsächlich die Monster dann auch entsprechend ja andere Schadenswerte hatten. Das heißt zum Beispiel, Harpien haben auch einfach mehr Schaden bekommen, weil die Rüstungswerte für Fernkampfwaffen einfach niedriger waren. Das haben sie in Gothic 2 auch sogar noch erweitert. Da gibt es ja speziell wirklich Jagdtiere, wie den Wolf, den Schattenläufer und sowas. Die, die anfällig sind für den Bogen? Oder was macht die Jagdtiere aus? Ja, die haben weniger Rüstungsschutz gegen Fernkampfwaffen tatsächlich. Ah, interessant. Gut zu wissen. Danke. Ja, ja, also ist halt natürlich klar, man entscheidet sich ja meistens entweder für den Nahkampf oder Fernkampf, um den voll auszubilden. Aber das merkt man tatsächlich, wenn man dann mal auf Fernkampf geht, dass einem die Jagdtiere einfacher fallen, in Anführungszeichen, als im Nahkampf. Okay, interessant. Das wusste ich nicht. Und das kann man einfach, also ich glaube, zum Beispiel der Kyla ist ja auch da drin und sowas alles. Diese typischen, mit denen man halt Fell abziehen kann, den Monstern. Und ich weiß nicht, nee, ich glaube bei den, bei den zum Beispiel Varane gehören dann nicht mehr dazu. Aber hauptsächlich die, die man bei Bospa für Fell dann entsprechend, außer die Trolle natürlich, glaube ich. Die Trolle werfen auch ein Fell ab? Mhm. Ah, okay, ich bin doch keinem begegnet. Wusste ich auch nicht mehr aus dem ersten Teil. Vielleicht noch eine Sache zum Kämpfen in Gothic 1. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Podcast schon angesprochen hatten, aber es passt jetzt auf jeden Fall gut ins Thema. Es sind halt diese hängenden Animationen der Gegner. Das ist halt ein Thema, das immer wieder aufploppt und auch oft dann die Endkämpfe so ein bisschen torpediert. Ja. Also diese Minecrawler-Königin ist ja eigentlich total... Lächerlich. Ja, königlich, wie sie da in ihrer Höhle sitzt und die sieht total bedrohlich aus. Und ich bin einfach da hingegangen und habe sie zerhackt und sie konnte nichts tun. Das fand ich sehr schade. Ja, hast du die mal angeguckt? Meinst du, die ist zu unbeweglich? Die war ja voll im Arbeitsprozess gefühlt noch. Ja, das stimmt. Aber wenn man da mal bedenkt, wie viel Schaden die auch eigentlich macht, also wenn der Bosskampf oder das Kampfsystem da wirklich funktionieren würde, dann wäre der Kampf wahrscheinlich gerade in Gothic 1 gar nicht mal so einfach, weil du gehst ja schon relativ früh auch zu der. Ja, ja, das stimmt schon, Mann. Absolut, ja. Das war echt früh. Man braucht schon einen gewissen Wert entsprechend, auch selbst im Nahkampf mit Stärke, um der halt Schaden zu machen tatsächlich. Das fand ich auch schon beeindruckend. Ich hatte ja bei meinem Run mit den Nur-Spruch-Rollen, die ich benutzt hatte zum Beispiel, da haben, glaube ich, auch erst nur Feuerbälle und ähnliches, der überhaupt einigen Schaden gemacht hat. Und ich hätte, glaube ich, sieben Stück oder so auf die schießen müssen, damit die stirbt. Also es ist schon heftig gewesen, fand ich. Ja, die steckt gut ein, aber so sieht sie auch aus, ne? Sehr robust. Das macht es halt vielleicht auch so einen Ticken zu einfach, dass es dann in manchen Sachen einfach kaputt ist, wo es vielleicht auch uns als Spieler mehr fordern würde. Aber man muss sich auch mal vorstellen, man stelle sich mal nur vor, die hätte jetzt noch Fernkampfangriffe gehabt, die hätte einen AOE-Effekt gemacht, wenn man der zu nah gewesen wäre. Das alles noch irgendwie eingebunden in diesen Kampf, ich glaube, das wäre richtig übel geworden dann. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich nicht weiß, was ein AOE-Effekt ist. Kannst du es mir kurz erklären? Ach so, das ist ein Area of Effect. Flächen. Heißt das dann, heißt zum Beispiel, die löst von sich aus eine Schockwelle jetzt zum Beispiel aus, die um sie herum dann Schaden macht, wenn man drin steht. Und auch beim Schläfer war es bei mir so, was ja auch schade ist, weil es ja der absolute Endkampf ist, dass alles schief ging und es am Ende total einfach war, den zu besiegen. Ich habe mir das dann danach mal bei YouTube angeschaut, wie es eigentlich aussehen sollte. Da fand ich, dass der Kampf eigentlich ziemlich opulent war und auch interessant aussah und auch fordernd. Aber ich habe irgendwie nur diese Erzdämone zerhacken müssen und dann war das Ding gegessen. Das fand ich auch schade. Ja gut, und du kannst natürlich sowieso auch noch froh sein, dass du keine Probleme mit Coakalom hattest. Der ist nämlich auch noch echt richtig heftig. Ja genau, der kommt dann auch noch dazu mit Feuerbällen oder so was und der hat irgendwas, was einen dann ... Ja, der hat was Schlimmeres. Ja, der hat ja die Pyrokinese, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Das ist das Gleiche, was auch diese Schamanen haben, was einen so stunt. Ja, der eine von den untoten Orkschamannen hat auch Pyrokinese gehabt. Genau das ... Ja, super nervig, super nervig. Das ist der absolute OP-Zauber überhaupt in ganz Gothic. Also bist du da, obwohl Feuersturm auch noch. Der ist halt auch eigentlich echt viel zu stark. Aber Pyrokinese ist der mit Abstand Schlimmste, weil es da auch noch einen Bug gibt. Der tritt auch zum Beispiel bei dem untoten Orkschamannen auf. Wenn der dich erwischt mit Pyrokinese, kannst du Pech haben, selbst wenn du den Schamanen umbringst, dass dieser Effekt weiter auf dich lastet und dich umbringt. Krass. So hat es ja zum Beispiel den Plasqua erwischt in seinem Gothic-No-Death-Run. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich. Richtig ätzend. Okay, Plasqua ist auch ein YouTuber? Ein YouTuber, ja. Krass, ich dachte, ich kenne so langsam alle, die so in der Bubble unterwegs sind, aber den kenne ich gar nicht. Ist das ein kleinerer, oder? Ja, da habe ich auch schon 5000 oder noch mehr. Hat er, glaube ich, auch schon an Abonnenten, meine ich. Ach, krass. Okay, interessant. Der ist bis jetzt an mir vorübergegangen. Muss ich nachher gleich mal vorbeischauen. Der streamt halt mehr und lädt halt seine Videos halt in ziemlich ordentlicher Länge dann entsprechend auf YouTube. Ah, okay. Übrigens, den Minecrawler-Königenkampf, den wird man heutzutage wahrscheinlich dann noch so krönen, indem da immer noch neue Minecrawler nachspawnen oder aus irgendwelchen Löchern oder aus diesem Rohr-System dann noch immer gekrochen kommen oder sowas. Stimmt. Jetzt wissen wir mal, was im Remake kommt. Genau. Ja, Risen 3 hast du noch nicht gespielt, oder, Matthias? Nee, also Gothic 1 und jetzt 2. Und Elex, Elex. Ja, ich kann schon mal so viel sagen. In Risen 3 ist ein ähnlicher Kampf auf jeden Fall gemacht worden. Wie der, den Mirko gerade beschrieben hat. Genau, mit der Minecrawler-Königin, ja. Aber das klingt ja auch sehr standardmäßig. Das hat man ja auch des Öfteren so, dass man gegen den Großen kämpft und ab und zu kommen so kleine Helferlein um die Ecke. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, das ist auch tatsächlich einer der schwierigeren Kämpfe dann da gewesen. Direkt auch. Mhm. Und Risen 3 ist ja bekannt eher als einfaches Spiel, oder? Ja, wenn man weiß, was man da wieder macht, definitiv. Aber Risen 3 ist auch definitiv für mich, was Piranha-Buds-Spiele angeht, tatsächlich ganz hinten auf der Liste. Muss ich auch sagen. Okay. Aber das denken, glaube ich, viele. Habe ich zumindest schon öfters gehört. Es streitet sich um den letzten Platz mit Gothic 3, oder? Bitte? Gothic 3 ist auf der anderen, also ist so das auf dem vorletzten Platz bei den meisten. Also bei mir auf jeden Fall nicht, muss ich sagen. Bei mir kommt Risen 2 dann tatsächlich dahinter. Mhm. Dann wahrscheinlich Elex, muss ich sagen. Gothic 3 tatsächlich auch noch vor Elex, würde ich sogar sagen. Ja, stimmt. Das könnten wir ja eigentlich, also zumindest wir beide könnten ja mal gerade so eine Auflistung da machen, oder so eine Platzierung eher gesagt. Wenn das jetzt so auf die Schnelle überhaupt geht. Ich habe das jetzt einfach nur mal aufgegriffen, weil sich das mit Risen 3 angeboten hatte, finde ich. Aber ich muss halt sagen, dass Gothic 3 ich nach wie vor, da wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwann mal zukommen, kann ich mir vorstellen, Matthias. Ja, ja, auf jeden Fall. Trotz all dem Hate, den das Spiel auch abbekommen hat in seiner ungepatchten Version, da kann ich natürlich auch nicht so viel mitreden. Ich muss sagen, ich hatte Gothic 3 auch erst dann wirklich gespielt, als es okay war, sage ich mal, durch die Community. Obwohl man da aber auch noch sagen muss, unser damaliges Verständnis von okay wäre für viele heute nicht mehr okay. Ja, aber da war man auch, wie gesagt, das kennt man ja als Kind, hat man einfach die Zeit und auch irgendwie mehr Toleranzgrenze, sage ich mal, noch eine größere. Ja, das war halt schon echt krass. Ja, man kennt noch nicht so viel Gutes. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Gothic 3. Ich habe in meinen Kommentaren immer so das Gefühl, es gibt zwei Flügel. Die einen finden es gut, die anderen schlecht, aber es wird jetzt auch nicht zerrissen wie Arcania oder so. Nee, darüber wollen wir auch gar nicht reden. Genau, das gehört dir gar nicht hin. Auch wenn es jetzt gar nicht so richtig passt, aber da hätte ich dann doch noch eine Frage zur Steuerung. Und zwar, kann ich ein Gothic 3 nur mit Tastatur spielen? Äh, ich glaube nicht. Nee. Haben die es dann modernisieren? Ich glaube nicht. Also ich glaube, man muss es mit Tastatur und Maus spielen. Ja. Fast schon schade, ne? Also wenn man jetzt so drin ist, ich finde es fast schon schade, wenn ich jetzt so dran denke, dass ich dann diese Gothic-Steuerung, für mich ist es irgendwie die Gothic-Steuerung, wenn ich die dann aufgeben muss. Aber es ist auch allgemein einfach ein anderes Spiel geworden. Muss man einfach sagen. Ja. Das ist kein Gothic 2,5 oder so jetzt. Ja, es fühlt sich einfach an, also ganz anderes Worldbuilding, ganz andere Art und Weise. Es spielt sich anders, aber ich finde mir hat das trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also deswegen, ich kann an Gothic 3 auch wenig Negatives wirklich sagen. Okay, dann bin ich gespannt. Ich hatte noch zwei Punkte, fällt mir jetzt mal gerade noch ein, die ich noch ganz interessant finde und was ihr da eigentlich von haltet. Es gibt es ja auch nicht ganz so oft in Rollenspielen jetzt meinetwegen oder generell in Spielen, wo man eben mit Schwertern und so weiter kämpft und mit Klingenwaffen, wie auch immer, dass da ja auch wieder sehr ähnlich eigentlich wie in Comics bei den Schlägen ja dieser weiße Wusch-Effekt so hinterhergezogen wird. Ach so, ja. Das spricht ja eigentlich auch wieder sehr davon, dass Gothic schon so ein paar Comic-Anleihen ja hat. Ja, aber es sieht gut aus. Ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. Obwohl ich ja wirklich genau drauf schaue, habe ich diesen Wusch-Effekt noch nie bewusst wahrgenommen. Interessant. Ja, also ich sage immer, all das, was dir nicht auffällt, ist nicht schlecht. Genau. Absolut. Ist wie der Schiedsrichter beim Fußballspiel. Ja, genau. Wenn man ihn nicht wahrnimmt, war er gut. Außer bei einer einzigen Sache fällt mir jetzt gerade noch spontan auch ein. Du kannst diesen Wusch-Effekt auch sehen, wenn halt Geschosse irgendwo hingeschossen werden. Ja, ja. Und da kannst du halt manchmal, also das kann man sehr gut erkennen, wenn du wegrennst und einer beschießt dich dann mit einem Bogen oder mit einer Armbrust, dann kannst du manchmal hinter dir diese weißen Spuren dann sehen. Ja, ja. Und da kann man zumindest erkennen, die baggen stellenweise ein bisschen rum. Also das ist keine saubere Flugbahn. Die haben dann teilweise ganz extreme Knicke und all solche Sachen und glitschen teilweise gefühlt einmal auch so ganz mal über den Bildschirm. Also das sieht dann ein bisschen unschön aus. Aber passiert wahrscheinlich relativ selten. Ich meine, wer rennt in Gothic schon vor irgendwem weg? Ja, Quatsch. Würde man niemals tun. Aber ich finde das in Gothic 2 super, dass es einen ein bisschen mehr dazu zwingt, Sachen auszuprobieren. Also ich lerne nochmal den Kampf von Gothic ganz anders kennen, dadurch, dass die Nacht des Raben so schwer ist. Weil ich komme immer wieder in Situationen, wo ich auch genötigt werde, mal Magie auszuprobieren. Es war in Gothic 1 nie so der Fall, und dann habe ich es auch nicht so gemacht. Und ich finde es gerade spannend, auch mal die Spruchrollen ein bisschen mehr in mein Skillset mit aufzunehmen. Das macht für mich auch oft ein gutes Spiel aus, dass es so eine gute Balance hat zwischen dem Schwierigkeitsgrad und ja eben dieser Rollenspielerfahrung, wo man mit Leveln auch stark wird. Und ich glaube, das trifft Gothic 2, die Nacht des Raben, besser als Gothic 1. Für mich persönlich. Ja, also das auf jeden Fall. Ja, ich hatte mich in der Hinsicht mal gefragt, was wäre jetzt gewesen? Das wäre auch mal interessant in deinem Fall gewesen. Hättest du tatsächlich mit Gothic 2 und Nacht des Raben als erstes Gothic-Spiel quasi als Berührungspunkt angefangen? Jetzt für die alle, die tatsächlich mal in diese Situation gekommen sind. Ich glaube, das wäre schon richtig übel gewesen. Gerade weil es ein Rückschritt dann wäre. Meinst du, dass ich dann mit Gothic 1 unzufrieden wäre? Nee, 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 von dem Allgemeinen einfach. Vom Schwierigkeitsgrad vor allem auch. Genau, Schwierigkeitsgrad, das Verständnis für all das Ganze da halt reinzukommen, weil Gothic ist ja an sich schon jetzt nicht, sage ich mal, einsteigerfreundlich in der Form gewesen. Und dann Gothic 2 hätte einem ja noch mal noch mehr eine, sage ich mal, volles Fund aufs Maul gehauen. Ja, aber Gothic 2 ist auf jeden Fall noch gnadenloser. Also mit der Nacht des Raben hätte ich ungern angefangen. Also ich merke jetzt schon, dass es nicht ohne ist. Ich bin auch gespannt, was so passiert. Ich weiß ja nicht, was da so passieren kann. Vielleicht bin ich am Ende des Spiels und komme nicht mehr weiter, weil ich zu schwach bin oder irgendwelche Kämpfe nicht mehr gedeichselt kriege. Ich habe jetzt zwar jetzt nicht Angst, dass das passiert, aber ich habe das Gefühl, so etwas könnte passieren, da eben der Schwierigkeitsgrad gerade schon fordernd ist. Also als erstes Spiel hätte ich das nicht gewollt. Ich finde das gerade bei Gothic 2 auch schwierig, weil es ja doch schon einige Anleihen und ja auch richtig viele, eigentlich richtig viele Anleihen ja wirklich zu Gothic 1 gibt, dann in der Form. Und dann auch, das fand ich immer lustig gelöst, dass man dann bei den ganzen Leuten, die man dann wieder getroffen hat, nachfragen konnte, einerseits, hä, ich kenne dich nicht, wer bist du? Oder, ach ja, natürlich, du bist der und der. Genau, war für jeden was dabei. Aber so richtig konnte einem das ja auch nicht helfen, selbst wenn die einem gesagt haben, ja, ich kann es sich nicht mehr erinnern, im Fall jetzt von Cavalorn, ich war doch, du warst doch zum Beispiel jetzt ständig der, der mich im Minentalum Pfeile angebettelt hat. Naja. Das hat einem ja auch nicht geholfen. Kannst halt auch nicht viel mit anfangen, sage ich mal. Also Gothic 1 kann man eigentlich, finde ich, sowieso eher als Tutorial für Gothic 2 auch schon fast sehen. Ja, ja, ich würde definitiv die Empfehlung aussprechen, für alle Leute, die Gothic 2 spielen wollen, mit Nacht des Rahmen vor allen Dingen auch, definitiv vorher Gothic 1 eigentlich zu spielen. Ja, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich finde es ein bisschen schwieriger, weil wenn Leute so eine Abneigung haben gegen alte Spiele, aber es trotzdem mal ausprobieren wollen, dann würde ich vielleicht Gothic 2 empfehlen, weil es irgendwie ausgereifter ist und dann die Fallhöhe nicht so hoch ist. Dann wahrscheinlich aber eher die Klassik-Version vielleicht auch. Genau, ja. Dazu kann ich ja gar nichts sagen. Aber wenn ihr von Gothic 2 redet, dann meint ihr auch immer automatisch die Nacht des Rahmen, oder? Ja, man hat ja, glaube ich, auch nur noch die Möglichkeit, über Mods Klassik zu spielen. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Ja, das weiß ich gerade auch gar nicht. Man kann sich nicht separat Gothic 2 Klassik, meine ich, kaufen, da ist immer Nacht des Rahmen integriert und es gibt extra Mods, die das ja separiert. Ja, gut, das stimmt, aber zumindest, wenn man Spine zum Beispiel benutzt, kannst du Gothic 2 separat starten, zum Beispiel, ohne Mod. Ja, ich weiß das gar nicht mehr. Also ist auf jeden Fall hier, ist das bei mir in der Liste drin. Ja, hey, aber dann, das würde ja heißen, dass Spine dann die Mod automatisch direkt runterlädt, wenn man halt Gothic 2 die Nacht des Rahmen da hinzufügt bei dem Pfad. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sage ich mal, wenn man jetzt über Steam oder GOG Gothic 2 kauft, ist, glaube ich, immer Nacht des Rahmen drin. Ja, ist immer die Gold Edition halt. Dann hast du das Add-On mit dabei, ja. Ja, noch kurz, vielleicht wollen wir noch mal kurz über das Kampfsystem sprechen. Kein Fall. Weil ich finde, an einer Sache kommt man eigentlich nicht vorbei, die zu erwähnen. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Und ich habe das so auch noch nicht in anderen Spielen gesehen, zumindest nicht, dass ich es bemerkt hätte. Und zwar, dass es diese verschiedenen Animationen gibt, je nachdem, was für ein Skill-Level man im Ein- oder im Zweihandkampf hat. Ja, definitiv, klar. Sehr variationsreich sind. Also, dass da wirklich viele verschiedene Sachen gibt und so hakelig sich das alles spielt beim Kämpfen, das hat mich immer mega krass gefreut zu sehen, wie man dabei aussieht. Also, das fand ich ein super innovatives Ding. Und ist nach wie vor fast einzigartig oder würde ich sogar sagen einzigartig auch heute noch. Ja, 100 Prozent. Ich meine, welche, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif kein Spiel nennen, wo man das auch noch sieht. Ich könnte ja auch keins nennen. Und ich verstehe es aber nicht, weil das wirkt nicht so, als wäre das unmachbar. Also, sie hätten es zumindest bei Witcher machen können. Sie hätten es da machen können, wenn die sich entschieden hätten, dass du diese drei Taktiken nacheinander erst lernst. Dann hättest du das ja auch gehabt. Aber ist ja nicht so. Du kannst ja von Anfang an doch diese drei Varianten. Gut, ist klar. Du hast natürlich den Unterschied zwischen Kampfstilen in anderen Spielen. Sag ich mal, der schwere Kampfstil hat natürlich eine andere Animation als der schnelle Kampfstil, auch in anderen Spielen. Aber du hast definitiv keine Steigerung im Unterschied der Kampfstile dann. Ja, ja. Also, das ist ja bei Elder Scrolls zum Beispiel auch überhaupt nicht so, meine ich zumindest. Wenn jetzt bei Skyrim. Nee, nee. Gibt es da überhaupt? Ja, doch, da kann man auf. Ich habe das, das habe ich ja wirklich ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, tatsächlich, als es 2.11 rauskam und dann nie wieder. Ich glaube, da kannst du einfach nur oben bei diesen Sternzeichen oder wie auch immer dann einfach auf Einhand nur gehen, oder? Und Zweihand und all sowas, ne? Ja, ja. Oder ist das sogar damit mit großen Waffen und, nee, weiß nicht mehr. Ich meine, das war Einhand und Zweihand auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, genau wie du schon sagst, da sieht man keine Veränderungen. Und ich finde, das müsste es öfter geben. Also, das zieht einen auch gleich tiefer rein. Es wirkt machbar. Das ist für mich ein absolutes Rätsel, warum das sich nicht etabliert hat sogar. Also, nicht, dass es keine Spiele gibt, die das sonst machen, sondern das müsste sich doch eigentlich etablieren. Wäre so meine Meinung. Ist vielleicht auch naiv. Ich weiß nicht, was da am Aufwand heutzutage nötig ist, um das in ein AAA-Produkt reinzupressen. Aber es scheint so naheliegend. Also, wenn Piranha Bytes das in der Zeit damals hinbekommen hat mit MoCap, dann, glaube ich, wird das ein AAA-Studio mit entsprechendem Budget definitiv allemal hinbekommen können. Eigentlich schon, ja. Aber ich glaube, das ist einfach, ich glaube, die Leute haben nie so sehr das ausgesprochen, wie besonders das eigentlich ist. Dass das, glaube ich, angekommen ist bei den ganzen Leuten. Oder wie einzigartig das ist. Wollte ich auch gerade so ähnlich sagen. Also, Piranha Bytes hat ja sowieso absoluten Talent dafür, einfach Details einzubauen, an die ja die meisten anderen Entwickler entweder nicht denken oder dass sie sich sagen, ach, der Aufwand ist es nicht wert, weil das fällt vielleicht nur 5% der Leute auf. Also, lassen wir es. Ja, aber das macht unterbewusst was aus. Ja, absolut. Und so viele, so kleine Details machen eben genau eine immersive Welt am Ende des Tages. Ich glaube, wäre Piranha Bytes auch nicht so leidenschaftlich dabei gewesen und hätte auch so, das fand ich ja interessant, der Ralf Marcinzig, oder wie er ausgesprochen wird, hat ja auch gesagt, er hat ja in anderen Bereichen auch gearbeitet und hat erlebt, dass viele der eigentlichen Ideen nachher gar nicht umgesetzt worden sind. Also, diese Grundidee, der hat noch ein anderes Wort dafür benutzt. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein dafür. dieser Grundgedanke des Spiels, den man umsetzen möchte, der hat es bei vielen Spielen gar nicht mehr dann ins Spiel geschafft, weil er so ummodelliert worden ist oder musste. Und er hat dann im Spezialfall, Gossip hat er nämlich gesagt, der Großteil ist auch so umgesetzt worden, wie die Vision, genau die Vision war es. Ja, bestes Beispiel, Gossip 3 und Arkania, oder Arkania meinetwegen, da ist ja genau das passiert. Grundidee war eigentlich richtig gut und dann wieder durch etwaige Umstände kam es einfach überhaupt nicht mehr dazu und die Vision wurde eigentlich nur bruchstückhaft umgesetzt. Fand ich interessant, jetzt wo du gerade Gossip 3 und Arkania sagst, bei Gossip 3 haben sie die Vision in der Form umgesetzt bekommen, nur nicht mit all den Details oder dem Umfang, den sie füllen wollten. Dadurch ist es teilweise halt ein entsprechendes, großes Spiel mit, naja, sag ich mal, in Anführungszeichen leerem. Großen Lücken. Mit Lücken, ja, mit Lücken ist eigentlich das beste Wort vielleicht, mit Inhalt, den er hätte mit noch mehr füllen können. Und bei Arkania haben sie es gekürzt, einfach. Die Vision von Arkania war ja zum Beispiel auch riesenoffene Welt erstmal, ähnlich wie ja wahrscheinlich bei Gossip 3 und dann ist es nachher zu offenen Arealen mit aber Schlauchleveln geworden. Genau, die hatten ja eigentlich diesen Grundgedanken, diesen Spirit von Gossip 2 und Gossip 2, die Nacht des Raben wieder so richtig aufleben zu lassen, nachdem ja Gossip 3 in Anführungszeichen so ein Flop ja war. Aber gut, dem wurden sie dann ja eigentlich überhaupt nicht gerecht, muss man natürlich auch noch sagen. Und ich find's krass, dass es in Gossip 3 schon eine Logik und Funktion gab, die hat's nicht ins Spiel geschafft, aber sie hat funktioniert, sie war da. Zum einen das Reitsystem, das ja auch bei Arkania drin sein sollte, es aber auch nicht reingeschafft hat. Und sogar, dass das Pferd, also jetzt in Gossip 3 dann aber, sogar schon selbstständig um Objekte zum Beispiel herumläuft oder eben Hindernisse umläuft, wie auch immer. Fand ich krass, also für 2006, ich mein, in Oblivion zum Beispiel, ne, da konnte man ja Pferde dann eben reiten und wenn du da auf so einen Stein oder so zugeritten bist, ja, ist es entweder dagegen gelaufen oder wenn der halt niedrig genug war, halt meinetwegen drüber, aber nicht automatisch, dass du jetzt nichts drücken musst und das Pferd erkannt hat, oh, jetzt muss ich noch so ein bisschen links und dann so drumrum. Aber man muss ja trotzdem sagen, bei Gossip 3 wurde das Pferd ja entfernt dann. Ja, ja. Das ist ja, also, es hat ja dann wahrscheinlich doch nicht so gepasst. Aber man merkt teilweise in Gossip 3, dass die Welt deswegen auch so groß ist, weil, glaube ich, von Anfang an auch eigentlich mit diesem Pferd geplant worden ist. Hm. Ah, okay. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das heißt, ich kann mich auf lange Spaziergänge durch Ödnis einstellen. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt negativer ausgedrückt, als es eigentlich ist. Ich muss sagen, mir ist es nie, nie sonderlich negativ aufgefallen. Ich fand, es gab immer noch genügend interessante Orte, die mich bei der Stange gehalten haben. Aber ich finde, bei Gossip 3 ist es für mich immer eher gewesen, du gehst von A nach B. Hm. Ja, ja. Und bei Gossip 2 und Gossip 1 ist es anders gewesen. Da gab es nie ein A oder B. Da gab es immer nur den einen Punkt, der ist interessant, der andere Punkt ist interessant, ich kann nur kreuz und quer halt gehen. Aber bei Gossip 3 ist das ein Abarbeiten. Bei Gossip 2 will man von A nach B laufen und dann landet man noch bei C, D, E, F. Und man kommt nie an, wo man eigentlich hin wollte. So geht es mir die ganze Zeit. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich finde, bei Gossip 3 ist das schon ein Abarbeiten mehr. Aber sie haben es trotzdem gut hingekriegt. Was aber nicht weniger Spaß gemacht hat, finde ich, für mich. Ja, eben. Also ich finde auch, sie haben es trotzdem gut hingekriegt, dass man zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt, wenn man eben gerade so große Wiesenflächen zum Beispiel hat, dass man da auch bewusst wenig bis gar keine Pflanzen dann eben hingesetzt hat, damit man eben dem Spieler auch suggeriert, okay, hier ist jetzt so eine riesige Wiese, aber du musst jetzt nicht gucken, dass hier überall Pflanzen sind. Wir haben das ein bisschen cleverer gemacht, indem wir dann auf den Wiesen vielleicht mal auch wieder einen Felsbrocken hingelegt haben. Und da drum sind dann eher Pflanzen. Also so kleine Highlights quasi, ne, auf der ganz normalen Wiese. Und dann guck lieber da, weil da wirst du irgendwas finden. Das haben die, finde ich, auch schon echt gut hingekriegt. Und nochmal auf die... Ja, wollen wir nochmal zum Kampfsystem kurz zurückkommen? Genau. Wir sind ja schon... Oder der Steuerung wollte ich auch nochmal. Jaja, mach du zuerst. Ich weiß nicht, wo ich das sonst unterbringen soll. war es ja auch nochmal eine interessante Art, der... Ich weiß nicht, das hat ja indirekt jetzt was mit der Steuerung zu tun, aber man hat ja in Gothic die Möglichkeit, Akrobatik zu erlernen und dann in der Form ja dann ja quasi auch nochmal eine andere Sprunganimation quasi zu bekommen. Ja, stimmt. Die ja sich auch von der Steuerung beziehungsweise von der ganzen Umsetzung ja auch nochmal komplett anders gespielt hat als der eigentliche Sprung dann in der Form. Die ist vor allem dazu da, eigentlich das Tempo zu erhöhen, oder? So ging es mir zumindest. Ich hab sie irgendwann geskillt, weil jemand gemeint hat, Akrobatik ist Lifestyle. Hat jemand so in meinen Kommentarspalten reingeschrieben. Und ich hab die dann halt vor allem genutzt, um mich schneller durch die Welt bewegen zu können. Aber klar, manchmal kann man damit auch noch weiter springen, ne? Also man kann auch mal über eine Schlucht rüber, die man sonst nicht passieren könnte. Was ich noch interessant bezüglich der Akrobatik finde, ist tatsächlich, damals lief ja Gothic unter 30 Bildern fest. Das kennt man ja gar nicht mehr heute, sowas nach dem Motto, dass ja wirklich Spiele damals mit so wenigen Bildern pro Sekunden Standard waren. Da gibt's dann die Möglichkeit, das haben jetzt mehrere auch schon, ich glaub das war laut Pappnase. Und Jorgensen hat das dann auch übernommen, vielleicht wusste der das ja auch schon. Ähm, da kannst du ja quasi die kompletten drei Golems vor Xardas, kannst du ja überspringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du auf eine Anhöhe kletterst und dann an eine Vorspitze von Xardas Turm, wenn du die FPS gelockt hast auf 26, mit der Akrobatik überspringen. Okay. Aber es bringt einem ja nichts, oder? Weil man braucht ja deren Herzen. Ne, brauchst du tatsächlich dann gar nicht. Du überspringst quasi dann direkt diese ganze Quest. Ah, okay. Und Xardas redet dich trotzdem an und ist der Meinung, du hast die Golems trotzdem besiegt. Ah, das ist halt so ein Speedrunner-Move, ne? Ja, ja, genau. Und das funktioniert nur mit den FPS. Da ist selbst der Weitblick von Xardas nicht umfassend genug, um sowas mit einzukalkulieren. Ja, das liegt ja daran, dass der blind ist. Ja, das war mir auch lange gar nicht klar, im Übrigen. Ja, das ist auch, das ist auch keinem, glaub ich, klar. Also das wird ja nirgendwo erwähnt, dass der blind ist. Ja, weil der durch Magie wieder sehen kann, sonst wird der sich nicht, obwohl ich mein, der bewegt sich im Turm eigentlich nie. Der hängt ja immer vor dem Buchständer rum. Das stimmt. Es hat noch nie einer Xardas bewegen sehen. Aber in Gothic 2 bewegt er sich, also entweder ist er sehend geworden oder er kann mit der Blindheit sehr gut umgehen, weil der wandert ja sogar von dem mittleren Turmteil nach oben noch hin, wo die ganzen anderen Buchständer sind, also in die Bibliothek quasi. Ja, ist das so? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das nur in der Mod war. Ja, und liest er nicht auch immer Bücher? Ja, ja. Genau. Das ist ja eigentlich scheinbar. Schein zum Sein. Ja. Deswegen hat er die Steintafel auch nicht verstanden und hat die wieder zurückgelegt. Okay. Wollt ihr noch was über den Fernkampf sagen eigentlich? Das ist ja auch eine Kampf, Kampfsteuerung. Ich muss ja sagen, ich habe den nie genutzt. Ich habe einmal kurz Bogen gespielt. Ich fand, das hat sich furchtbar angefühlt vom Treffer-Feedback. Seitdem habe ich es sein lassen. Ich werde es wahrscheinlich in Gothic 2 mal mit der Armbrust versuchen irgendwann. Aber ansonsten habe ich da gar keine Erfahrung. Aber gibt es da vielleicht noch was Erwähnenswertes? Oder wie ist eure Meinung dazu? Ja, das Magie, also das Magiekampfsystem ist noch ganz interessant. Aber ich habe da jetzt wahrscheinlich wieder eine Erinnerungslücke, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es im Original-Gothic so ist, wenn du ja einen Zauber wirken willst und gehittet wirst, dass der dann ja abbricht. Aber ich meine, das ist so, ne? Ich kann ja erstmal was zum Fernkampf sagen mit Bogen und Armbrust. Man kann das eigentlich mit einem Wort beschreiben. Eintönig. Kann man wirklich leider nicht anders sagen. Also man hat ja weder Fähigkeiten drumherum, wie Mehrfachschuss oder Schnellerschuss oder ähnliches. Man spannt halt den Bogen und drückt halt die Falltaste nach oben und dann wird halt rigoros ein Fall nach dem anderen abgefeuert, sage ich mal jetzt nach dem Motto. Und mehr ist das nicht. Das ist im Endeffekt einfach gutes Positionieren, Distanz aufbauen und dann halt draufhalten. Und in der Hoffnung, man hat genügend Pfeile für den Gegner. Das muss man schon sagen. Ja, also das kann man auf jeden Fall so beschreiben. Beim Fernkampf mit Armbrust oder Bogen muss der Spieler gefühlt absolut am wenigsten interaktiv wirklich eigentlich machen. Aber ist wahrscheinlich effektiv, ne? In gewissen Situationen. Ja, also Fernkampf ist Ultra-OP eigentlich doch in Gothic 1. Also die machen doch also zumindest. Ich weiß nicht, gegen Schattenläufer oder so stelle ich mir das schon gut vor. Eigentlich, ne? Weil man auf der Nähe so hart kassiert. Also OP würde ich in Gothic 1 nicht sagen. Ja, wieso? Das macht doch ultra schade. Da ist definitiv der Nahkampf an erster Stelle. Oder, hä, aber das war doch jetzt nicht nur in der Definitive Edition. Im Original Gothic 1 ist der Fernkampf doch auch einfach unfassbar stark, weil man doch so wenig Schutz vor Pfeilen hat. Ja. Also schon alleine, wenn man doch da im alten Lager ist und das ja dann, ich glaube, warte mal, hast du das überhaupt gemacht, Matthias? Ja, doch, oder? Hast du das alte Lager auseinandergenommen? Ne, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Aber zumindest wenn du da dann drin bist im alten Lager und da hat ja so gut wie jeder eine Armbrust, da ist das schon heftig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Unterschied ist auf jeden Fall beim Fernkampf mit Bogen und Armbrust. Die Geschicklichkeit bzw. die Trefferchance, die ist im Ersten noch so, dass man dadurch nur bestimmt, wie gut man ja trifft. Ja, genau. Dann entsprechend der Bogen macht entsprechend, glaube ich, auch nur die kritischen Treffer entsprechend ja auch der Prozente und sowas alles dann. Aber diese kritischen Treffer, die machen halt den entscheidenden Schaden eigentlich viel mehr, den der Nahkampf gar nicht braucht, sage ich mal in der Form. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstanden hat. So halb. Also im Endeffekt hast du jetzt einfach gesagt, beim Fernkampf brauchst du den kritischen Schaden, weil das der Entscheidende ist, weil die normalen Treffer zu wenig Schaden wahrscheinlich machen, um damit wirklich effektiv zu sein. Und im Nahkampf machst du schon ohne kritische Treffer so viel Schaden irgendwann, dass du die kritischen eigentlich gar nicht mehr brauchst. Ja, ja, genau. Genau, so war ungefähr der Eindruck, fand ich immer. Man kommt wahrscheinlich auch so ganz gut durch, aber der Nahkampf ist definitiv an erster Stelle nach wie vor, finde ich schon. Das ist in Gothic 2 übrigens überhaupt nicht so. Da brauchst du definitiv im Nahkampf die kritischen Treffer. Ja, ja, da haben sie es ja umgemünzt auch. Würdet ihr mir empfehlen, bei Gothic 2 auch den Fernkampf irgendwo mitzunehmen? Weil die Armbrust lässt sich ja auch durch Stärke bedienen. Da würde es sich ja anbieten, auch ein bisschen was in Armbrust noch reinzustecken, oder? Da kann ich dir, wenn du in Anführungszeichen willst, über die Schadensberechnung willst oder gespoilert werden? Ich glaube, das weiß ich sogar so halbwegs. Also einige Leute haben da schon in den Kommentaren was geschrieben. Das ist tatsächlich in Gothic 2 Classic und Gothic 2 nach des Raben ist das tatsächlich ein Unterschied. In Gothic 2 Classic hast du noch Geschicklichkeit, soweit ich weiß, für die Armbrüste gebraucht. Und darüber ist auch der Schaden berechnet worden. Und in Gothic 2 nach des Raben brauchst du Schaden, äh, Stärke als Mindestanforderung, um die Armbrüste zu tragen. Aber der Schaden berechnet sich über die Geschicklichkeit. Und die Armbrust, also den Skill Armbrust, den brauch ich dann wofür? Für die kritischen Treffer dann, wodurch er das... Achso, den dann für die... Ah ja, genau. Genau, wodurch das wieder berechnet wird. Also ich fand immer, also Armbrust in Gothic 2... Also du musst quasi trotzdem beides ja skillen dann. Für die kritischen. Ja, und einfach, damit es am Ende cooler aussieht, wenn man dann mit der Armbrust so in die, äh, in die Knie da geht. Wir müssen auch so langsam zum Ende kommen, ne? Wir können... Also ich meine, ich habe, glaube ich, auch fast alles zu dem Thema gesagt. Und den Rest können wir ja dann auch im nächsten Podcast besprechen. Aber, äh, ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde drüber. Weil mir die Zeit wieder dahin geht. Die Zeit rennt. Und ich habe im Hinblick auf die Sendung, auf die Sendung, sage ich schon, im Hinblick auf den Podcast hier so ein bisschen gegoogelt, weil ich noch was zur Steuerung lesen wollte oder noch Leute finden wollte, die sich darüber beschwert haben. Und es war ziemlich leicht, Leute zu finden, die sich über die Steuerung beschweren. Und, äh, ein Zitat würde ich ganz gerne noch wiedergeben, weil ich es sehr lustig fand und es war auch das Erste und das Einzige, das ich gelesen habe. Das hat dir schon gereicht. Und zwar schreibt da jemand auf Englisch, ich übersetze es jetzt sinngemäß, ja. Ich habe Gothic gespielt und musste es mit Cheats beenden, wegen des furchtbaren, dummen, unrealistischen, clunky und indirekten Kampfsystems, welches das schlechteste Kampfsystem war, das ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Es ist so lästig, dass es den ganzen Spielspaß aus einem eigentlich wunderschönen Spiel streicht. Es macht, dass ich mir in den Kopf schießen will. Fand ich großartig. Ja, der hat wohl mit der Maus gespielt. Ja, und das Beste ist, der Typ schreibt da ein bisschen weiter unten, dass er jetzt in Gothic 2 ist und das gleiche Problem hat. Also das heißt, das Spiel, das Kampfsystem war so scheiße und trotzdem war Gothic so gut, dass er Gothic 2 gespielt hat. Spricht ja auch wieder fürs Spiel irgendwie. Ja, und Gothic 1 mit Cheats beendet, also ihm war das ja auf jeden Fall wichtig genug. Genau, und er spielt den zweiten Teil. Ich fand das sehr amüsant. Aber das kenne ich auch, also das war, um das jetzt auch noch, die Zeit haben wir, glaube ich, noch hoffentlich. Ja, 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 ja. Bei mir Dark Souls 2, da verbinde ich ja auch quasi anfänglich eine unfassbare Hassliebe, kann ich ja sagen. Also ich war ja auch nicht besonders vertraut mit dem ganzen Souls-like. Ich hatte Dark Souls 1 auch relativ frühzeitig gespielt, nachdem die Versionen für den PC rauskamen und kannte das auch überhaupt nicht vorher. Und als ich das auch gespielt hatte, war man ja natürlich auch ohne Vorwissen und allem drin. Und einerseits ist die Steuerung mit Maus und Tastatur auch eine Katastrophe. Also das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Das stimmt. Also ich kann keinem empfehlen, Dark Souls 1 mit Maus und Tastatur zu spielen. Das kann nur schief gehen. Da bin ich dann tatsächlich auf den Controller ausgewichen. Aber das Eigentliche war, dass ich tatsächlich, um Dark Souls lieben zu können, es zweimal deinstallieren musste, interessanterweise. Du musstest es lieben lernen. Ja, ja, genau. Dieses lieben lernen. Und ich habe mit Sicherheit auch 20, 30 Stunden damit verbracht, dieses Spiel zu verstehen überhaupt. Aber das heißt, es hat eine irgendeine tiefe Faszination ausgelöst. Sonst hättest du es gar nicht erst versucht. Ja, das war ja, das war eine unglaubliche Faszination. Und ich finde nach wie vor die Souls-Reihe oder speziell Dark Souls 1, die absolute Renaissance der Spielezeit für mich, das hat im Endeffekt für mich die Spiele an sich gerettet, sage ich mal, in der Neuzeit. Wow, okay, das ist mal eine Aussage. Ich habe mir das auch schon auf die Liste geschrieben. Also früher oder später will ich es auch gerne verwursten irgendwie und auf jeden Fall halt einfach mal durchspielen. Das muss ja schon was heißen in meinem Fall. Ich bin eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das vielleicht schon mal gesagt, ansonsten sage ich es gerne nochmal. Aber ich bin normalerweise ein Spielertyp, der ein Spiel spielt und dann erstmal ruhen lässt und was anderes anfängt. Ich brauche irgendwie was Neues dann wieder oder was ganz anderes sogar. Und Dark Souls 1 habe ich unfassbarerweise, ich weiß nicht mehr wie oft es war, aber bestimmt sieben oder acht Mal hintereinander durchgespielt. Krass. Wolltest du schneller werden oder hattest du so ein Ziel dabei oder einfach das nochmal erleben? Ja, das Geile ist einfach bei Dark Souls, das liebe ich einfach an Rollenspielen. Du kannst es so oft widerspielen und du machst dir halt einen anderen Bild, probierst das mal aus und machst das anders. Das hat so eine Faszination einfach und deswegen liebe ich auch Gothic, weil du Gothic auch auf so unterschiedliche Art und Weise durchspielen kannst. Ja, das war doch jetzt nochmal eine schöne Brücke zu Gothic zurückgeschlagen. Mirko, dein Einsatz ab Moderation. Ja, die ist aber zu früh, weil wir haben fast den entscheidendsten Punkt oder das größte Problem am Gothic-1-Kampfsystem noch in keinster Weise erwähnt. Oh, fuck. Und zwar Gruppenkämpfe, also Kämpfe gegen Gruppen. Ja doch, den hatten wir angerisst mal kurz. Matthias hat das gemacht. Ja, furchtbar, ja ganz furchtbar. So können wir den Podcast beenden. Ja, also da stinkt das echt halt richtig ab. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, oder? Da muss man auch sich nicht rechtfertigen. Ja, definitiv. Nee, das ist, also ich meine die zwei Hauptprobleme, warum es passiert. Zum einen, du kannst nur einen Gegner treffen und zum anderen, der Fokus springt ständig zu irgendeinem anderen Gegner. Meistens zu dem, den du jetzt nicht schon fast von den HP nach unten gehauen hast, sondern dann springst du wieder schön zu einem, den du noch kein einziges Mal getroffen hast. Und schon zieht sich so ein Gruppenkampf mal gerne auch wieder bis Ultimo. Oder du stirbst auch noch. Ja. Das sind die Momente, wo man den Nahkampf hasst. Man kann auch dazu sagen, ich, soweit ich das in Erinnerung habe, sind einige Mod-Entwickler dran, tatsächlich das zu ändern. Es gibt schon einige Prototypen-Kampfsystemänderungen, dass tatsächlich Gruppenkämpfe einfacher funktionieren sollen, dass man wirklich mehrere trifft und ähnliches. Also man kann, glaube ich, in Zukunft da was erwarten oder sich erhoffen auf jeden Fall, dass da was kommen kann. Und das macht zumindest mir mal auch wieder Hoffnung, dass tatsächlich das Gossip-Kampfsystem in der Form sogar nochmal verbessert werden kann. Sehr gut. Ist ja wie mit dem Fernkampf, da wurde das freie Zielen auch irgendwann hinzugefügt. Naja, stimmt, das haben sie auch nochmal. Obwohl das ja natürlich dann die Maus voraussetzt, natürlich. Das stimmt. Also man kann abschließend, denke ich, sagen, Steuerung, gerade jetzt eben in Gossip 1, viel gehasst, aber dann trotzdem eigentlich, wenn man's selber spielt, ist sie eigentlich echt bei weitem nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ja, fand ich auch. Würde ich so unterschreiben. Also auf jeden Fall sollte man sich davon definitiv nicht abschrecken lassen. Auf jeden Fall jetzt zumindest in unser aller drei Augen, würde ich jetzt mal sagen, kein Grund, Gossip 1 oder auch meinetwegen Gossip 2 nicht zu spielen. Ja, ja, definitiv. Also man muss ein bisschen Zeit mit einplanen, aber ich finde, wenn man Rollenspiele spielt, sollte man sowieso allgemeine Zeit mal einplanen und sich Zeit für etwas dann entsprechend nehmen. Und wenn die mal verinnerlicht worden ist, dann finde ich, spielt sich das eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Absolut. Also, ja, das haben sie gut hingekriegt. Also, wie gesagt, für die Tastatur funktioniert die Steuerung halt echt sehr, sehr gut. Absolut. Und das dürfte es dann wohl gewesen sein, glaube ich, von unserer Seite jetzt aus. Genau. Ja, das Essen wartet. Was gibt's? Scavenger-Keule. Zum Glück habe ich hier noch keine Scavenger gesehen. Wäre nicht so geil beim Spazieren im Park. Ja, das wäre schon sehr skurril, dann auf einmal diese flugunfähigen Vögel dann da im Wald umspazieren und Gack anzuhören mit ihren Geräuschen da. Aber wenn man sich merkt, Scavenger immer einzeln anzugreifen, dann ist das ja okay. Stimmt. Und mit dem Schlusswort. Das jetzt abmoderieren. Und ich sage noch kurz Danke. Es war mir wieder eine Freude, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ja, auf jeden Fall. Freut uns immer, wenn du mit dabei bist. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Sagt er. Und er war nie wieder gesehen. Jo, wir bedanken uns auf jeden Fall an der Stelle recht herzlich fürs Zuhören und natürlich auch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Abo sowie eine Bewertung. Würde uns auf jeden Fall freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei Matthias' Kanal vorbei. Der ist direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Von meiner Seite aus sage ich jetzt schon mal Ciao. Ja, vielleicht seid ihr ja auch ganz anderer Meinung. Bleibt gesund und Gothic treu. Bis zum nächsten Mal. Und dann Ja, wenn euch das